Nein, du kamst von Recht. Bist du dumm? Bist du f*** dumm, Bro? Hallo, Amar, das zweite Mal, jetzt seht ihr kein... I don't know. Einen wunderschönen guten Abend. Ne, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dicker, ich bring mich um. Moin, Freunde. Toll, eine Sekunde bevor ich mit der Tasker dich war. Ah, gar kein Thema. Ich wollte nur gucken, ob jemand gestorben ist, weil Rot-Gelb-Blau war bei mir. Und ich wollte nur gucken, ob dann irgendwie die andere Seite jemand getötet hat. Ich glaube, Chef ist wieder AFK. Chef war von Anfang gar nicht AFK. Chef war rechts, hat Weapons gemacht, hat Weapons gemacht. Ja, ich habe schon Strubbel gevotet. Warum? Äh? Warum? Erzählt es mir. Erzählt es mir, wo und wer und was. Also, Amar steht gerade an Reactor und macht Simon Says. Und der Buddy liegt halt zwei Zentimeter neben ihm. Ich bin komplett pissed. Ich bin fast fertig damit. Ich habe vier Buttons schon gehabt. Wo ist der Buddy? Er hat zwei Zentimeter neben dir. Lost. Links, rechts, oben, unten. Wo? Ich habe ihn nicht gesehen. Das liebt man halt nicht, wenn man in der Aufgabe ist, I guess. Ja, aber warum sollte jemand direkt neben ihm killen? Um ihm das anzuhängen wegen dem Merchants. Aber das ist ja das Giga-Play. Da musst du ja wissen, wie groß das Fenster ist und alles. Aber da musst du ja auch sein, Karuso. Joa, dann muss das wirklich Karuso sein. Also entweder, weil wo ich da an die Aufgabe gegangen bin, war keine Leiche da. Ich bin seit zehn Sekunden, nee, sagen wir mal sieben Sekunden an der Aufgabe dran. Und dann stirbt einfach jemand direkt neben mir. What the fuck, Karuso. Boah, das war er denn an der Aufgabe dran? Gibt es Zeugen? Ja, du siehst das ja nicht. Jena, das Fenster ist ja übergroß. Du siehst ja gar nicht, wer der reinsteppt dann. Und so langsam wie Amar drückt und sein Gehirn funktioniert. Das gibt aber Karuso und Dinge im Auge halten einfach. Es kann auch einfach jemand weggewendet sein, oder nicht? Das hättest du aber, glaube ich, gesehen. Ich glaube, die Ecken siehst du ja von dem Raum, oder? Ja, das ist eben, das hörst du auch. Hast du jemanden gesehen, der vor oder nach dir irgendwie Richtung dahin gelaufen ist? Du, nur du. Karuso ist schon ein weirder Act. Das ist schon sehr, sehr hart. Können sich irgendwelche Leute noch decken? War irgendwer zusammen unterwegs? Ich hab Max gesehen, ich hab Trimax gesehen. Fabu, ich war mit Fabu die unterwegs. Fabu und Trimax haben mich auch. Navigation, Navigation wart ihr. Okay, Fabu und Fabu und Trimax waren... Warum bin ich jetzt auf einmal Fabu? Ich war auch mit Fabu und... Redet mal nicht zu viel, bitte. Ich war auch mit Fabu und Trimax. Also es ist... So, ich war mit Chef und Fiene in Electrical. Und wenn Fabu und Trimax in Navigation waren... Ich auch. Dann bleiben für den Kill nur noch... Du warst auch... Ich war auch bei Navigation. Fabu, Trimax, die hat bei Navigation. Ich hab Revi in Navigation gesehen, ja. Okay, dann könnte es für den Kill nur noch Spendi, Karuso oder Amar sein. Die einzigen Leute... Ja, aber Karuso mit diesen Plänen... Amar ist eher fass. Immer wenn der Imposter ist, wird der so ruhig. Aber Karuso und Amar jetzt schon so ein bisschen weird, oder? Oh, sorry, dass du so cool bist. Spendi, Karuso und Amar einfach merken. Wenn zwei von denen tot sind, dann haben wir es ja. Nicht sehr gut von der Romatra, by the way. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Spendi actually den Kill so gut hinbekommt. Ich muss ähm... Hey, wie geil. Hä? Wie geil war das denn, Digga? Da liegt einfach eine Leiche. Ich hab's gerade gesehen, ich hab's gerade gesehen, ich hab's gerade gesehen. Wie, du hast es gerade gesehen? Ja, ich hab gerade gesehen, ich kam ja von oben, Bro. Das wirst du ja wohl gecheckt haben. Ich kam von oben, von Cafeteria. Und... Nein, du kamst von rechts. Bist du dumm? Und hast mich eingeguckt. Bist du f*** dumm, Bro? Willst du mich hochnehmen, Digga? Oh mein Gott, Digga. Wo lag die Leiche gegangen? Okay, okay, stopp, 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 stopp. Ich hab gewolltet. Stopp! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ammar sich damit gerade selber hops genommen, dass er versucht hat, mir das gerade anzuhängen, weil ich von oben von Cafeteria kam. Ich bin über Weapons gelaufen und rechts in dem Gang lag einer und er rennt noch schnell hin, drückt diesen Report-Button. What the f***? Du warst in der Auto und die Leiche lag direkt davor, Digga. Ja, ich mach meine Aufgabe, geh nach rechts, seh dich, da ist eine Leiche. Ja, Bro, und sag's eben noch. Ich hab fünf Knöpfe gedrückt und dann war da plötzlich die Leiche, die hab ich nicht gesehen, Digga. Ey, ich vote jetzt Ammar raus, das ist doch... Ich war mit Ammar im... Lass skippen, äh, lass skippen, Bro. Hallo Ammar, das zweite Mal jetzt... Seht ihr kein... I don't know. Dass das so durchgeht, Alter. Dass das so durchgeht. Digga, ich find da keinen Spot zum killen. Es ist zu 100% Revi. Hä? Lichter gingen direkt am Anfang aus, ich hab hochgeladen in Admin, dann bin ich zu Leitz gegangen und genau als ich in Leitz reinging, ging auf einmal die Lichter an. Ja, Bro, weil ich gerade... Weil ich gerade... Bist du dumm? Ich hing gerade oben bei den Aufgaben, ich habe dieses Ding gedreht und die Kabel gemacht und bin dann runter zu Leitz gegangen, weil ich dachte, hey, irgendwer wird safe kommen. Meinst du, ich brech dann ab? Ich bin runter gegangen und bin genau dann fertig geworden. Das, die, die ganze Zeit stacken, nervt mich so. Ich krieg keinen getötet, Mann. Komm schon, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Mein Gott, ich hab uns so gerettet. Oh mein Gott, ja. Was? Hey, wartet mal. Wo wart ihr denn alle mal ganz kurz? Das ist ganz wichtig. Revi, weiß ich nicht. Ja, Bro. Revi, wo warst du am Ende? Das ist das Ding. Ich hab die Leiche. Ich hab die Leiche. Die Leiche direkt vor oben rechts O2. Wo warst du, Revi? Am Ende, am Ende, Revi. Ich war ganz unten in der Ecke bei Coms. Das Ding ist... Welche Leiche ist das denn? Ist das Fino oder Streff? Ich hab Amar gewotet. Ich hab Amar gewotet. Amar, Spendi, Amar. Ja. Er ist safe, Digga. Er ist safe. Verloren! Ihr seid so schlecht, Mann. Es ist so los. Es ist so schlecht. Es ist so los. Wie könnt ihr euch von Revi... Revi halt, Mann. Amar, du bist raus. Du bist raus. Macht eure Aufgaben fertig. Revi! 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 Hä? What the f... Wieso hat denn keiner das Ding gefixt? Ich renne vor dem einen Ding rum, denkst du, wieso fixt keiner? Wir alle durcheinander. Sorry, sorry, sorry. Was passiert? Amar ist es. Was? Oh mein Gott, was? Wo standest du? Wo standest du nicht gerade in Amar drin? Nein, bist du dumm. Ich komme gerade von Navigations Richtung Shields. Ich habe... Ich denk da gerade jemanden schönsehen im Raum einfach. Also, es war auf jeden Fall nicht meine Farbe, Digga. Also, keine Ahnung. Ich hab noch Weißes gesehen einfach. Vielleicht war's Revi, Alter. Wenn irgendwas... Oder ich bin farbenblind. Dann tut's mir mega, mega leid. Junge, wer hat gerade die Tür zugemacht? Ich dachte gerade, ich sterbe. Ich war mit Trimax alleine. Oh, Rumatra. Rumatra. Warum sagst du das? Ja, Rumatra war neben mir. Rumatra war noch nix neben mir. Das wär so ein typischer Rumatra-Move. Oh, true. Der hat nicht gesehen, dass ich reinkomme. Ja, Rumatra. Rumatra. Das war blöd. Unlucky Timing. Du bist muted. Wo die Leiche ist, bitte, Reapers. Ja, true. Es wurde eine Leiche gefunden. Mad Bay ist Tür zu. Oh, das zweite Mal. Ey, ruhe, ruhe, ruhe. Man kann doch von Mad Bay Electrical wenden, oder? Ja, klar. Ja, dann ist doch, dann ist doch, dann ist doch, dann ist doch überklar, dass Rumatras gewesen ist. What the fuck? Ja, safe. Ich hab Rumatra gewartet, auf jeden Fall. Gettest du? Der hat voll nicht verkackt. Unlucky Timing hat da kaputt. Rumatra ist richtiger Tür-Player. Er macht immer Tür auf und zu. Ich hab auch Rumatra gewartet und hab irgendwie... Und ihr wart, und ihr wart da drin und habt nicht gesehen, wie er die Leiche gekillt hat. Nein, das war in Mad Bay, Bro. Der ist von Mad Bay geventet, Spendi. Wisst ihr, was ich glaube, was Rumatra gerade macht? Rumatra ist von Mad Bay geventet. Puh, Digga. Ganz knappes Ding. Wo? Wer? Reposit-Gate for Oxygen. Also, Admin, wo du Oxygen fixst. Also, wo du es reparierst. Fine kann es eigentlich gewesen sein. Ich hab Spendis auch noch hochgelaufen. Kann es gewesen sein oder kann es nicht gewesen sein? Bei Admin vor dem Alarm. Wie gesagt, ich schließe gerade aus. Spendi und Fiene waren links. Nein, nein, nein. Spendi wird nicht ausgeschlossen. Warum nicht? Spendi stand viel zu lange. Der stand 10 Sekunden bei einer Task, die ganz kurz ging. In Admin. Und ist dann wieder Admin gelaufen. Er ist einfach wieder dahin. Okay. Darf ich bitte was sagen? Ja. Also, Max ist mir von... Pass auf. Von vorne, okay? Admin. Ich war meine Task. Ich mach Kreditkarte. Ab da hab ich... Also, Max gesehen. Der ist mir hinterher gelaufen. Cafeteria. Ich war oben. Hab Task gemacht. Bin runter gelaufen. Du bist mir immer noch hinterher gelaufen. Ja. Dann wolltest du einmal nach rechts. Bist du wieder hinterher gelaufen. Weißt du warum? Ja. Ich wollte unbedingt gucken, was Amar macht in Admin. Weil Amar nämlich mir entgegengekommen ist. Amar war gar nicht bei Admin, Bro. Amar war mit mir in Storage. Der war, als ich Kreditkarte gemacht hab, kam Amar mir entgegen. Und da war... Anfang an? Wir waren Anfang an in Storage. Was redest du? Redi, Redi beschützt Amar. Aber Amar bestätigt, dass er selbst... Nein, nein. Ich hab... Hä? Nein, was redest du? Das macht gar keinen Sinn. Ja gut, der ist ja tot. Wir müssen Voten. Wir müssen Voten. Oder er ist es einfach. Ich drück Spendi rein. Ich drück Spendi rein. Wir müssen Voten. Spendi, das war komisch. Warum warst du so lange an der Task? Okay. Amar Voten, Amar Voten. Nicht skippen. Nicht skippen. Das muss jetzt sein. Gut gemacht, Leute. Halt Maul. Halt Maul. Amar und Rebi. Was für ein Zufall.